Einen wunderschönen guten Tag, Mahlzeit kann man eigentlich auch schon sagen, ist auf dem Mittag, wo ich hier im Jarten bin. Heute ist das Wetter, naja, die ganzen Tage ist das immer so hin und her. Ich glaube, wir hatten jetzt immer auch die Schafskälte gehabt, das war ja wirklich auch so eine Nacht, so 7 Grad. Ich denke mal, das war die Schafskälte, die jetzt Gott sei Dank vorbei ist, liebe Leute. Und ja, ich habe das neue Zuckerrichten vom Jarten, das wächst ja alles gut. Meine Tomaten, die sind schon so groß, aber kommen auch keine Blüten. Da muss ich mal aufpassen, wenn die noch größer werden, dass ich sie mal ein bisschen abstürze. Und ich glaube, ich kann den ersten oder anderen Kohlrabi ernten. Ja, den kann ich wahrscheinlich heute schon mal mitnehmen, heute Abend. Zumindest einen davon, den habe ich schon gesehen, wenn ich hier vorbeigelaufen bin. Ja, bei meinen Beepen, wo ich hergekommen bin, dann sage ich, das ist ungefähr so. So, ich denke mal, den kann man schon essen. Den werde ich heute mal nach Hause nehmen. Ansonsten zeige ich euch heute mal ein bisschen so das etwas andere Video. Ja, zeige ich euch mal so ein bisschen so meine Pflanzen. Aber das Video ist ein bisschen was anderes. Ja, mit untersetzter Musik ein bisschen dazu. Lasst euch einfach mal überraschen, was das wird. Nach dem Intro geht es dann zur Sache. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.